Ich will dieses Paket jetzt wegschicken, aber habe keinen Bock, in so einer Poststelle 30 Stunden immer zu stehen. Ich habe hier kein Label drauf. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ich wusste nicht, dass die Paketstationen gleichzeitig auch einen Labeldrucker haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Retoure oder so hast, kannst du einfach zur Paketstation gehen, einscannen, der drückt für dich das Label aus, das nimmt sich so ein Fach und schon kannst du das Paket einschicken und weg ist es. Brauchst dich nicht an so einer Schlange anstellen und so. Easy!